Die meisten Menschen haben eine Person in ihrem Leben, zu der sie mit ihren Problemen gehen können. Ich nicht. Es gibt nur meine Mutter und ich mag sie nicht mal besonders, aber das war nicht immer so. Als ich jung war, standen wir uns nahe. Meine Mom, mein Dad und ich haben immer rumgealbert. Mom und Dad waren immer zusammen. Die schwersten Erinnerungen sind, wenn ich daran denke, wie glücklich wir alle waren. Das änderte sich, als ich 10 war, kurz nachdem mein Vater uns verlassen hatte. Er tauchte erst spät am Abend zu Hause auf. Irgendwann kam er gar nicht mehr nach Hause. Er hat sich nicht von uns verabschiedet. Alles, was er hinterließ, war ein Brief. Ich erinnere mich noch, wie meine Mutter mir den Brief vorlas. Ich konnte schon lesen, aber sie wollte ihn mir vorlesen. Seine Handschrift sei sehr schwer zu lesen. Mein liebster Junge, ich liebe dich. Die letzten paar Wochen waren nicht einfach. Man hat mir einen Job angeboten, bei dem ich für die argentinische Regierung arbeite. Ich werde dafür verantwortlich sein, das Land vor bösen Jungs zu schützen. Das ist das, was ich schon immer machen wollte, aber es hat seinen Preis. Wenn die Leute das mit meiner Familie herausfinden, wirst du in Gefahr sein. Ich kann nicht mehr nach Hause kommen und du kannst mich nicht besuchen kommen. Aber ich werde dir weiterhin schreiben und sogar anrufen, wenn ich kann. Ich liebe dich für immer, Dad. Ich weinte, als sie den Brief zu Ende gelesen hatte und meine Mutter nahm mich instinktiv in den Arm. Nach der Umarmung zog sie sich zurück. Ich wusste nicht, dass es das letzte Mal war, dass ich mich umarmte. Von diesem Tag an wich sie mir aus, wann immer ich weinte und immer, wenn ich versuchte, sie zu umarmen, zog sie sich von mir zurück und wechselte das Thema. Die nächsten paar Monate waren hart. Ich tat alles, um die Aufmerksamkeit meiner Mutter zu bekommen, aber sie wurde immer distanzierter. Ich war aber nicht bereit, aufzugeben. Muttertag stand vor der Tür. Ich verbrachte Wochen damit, eine handgeschriebene Karte vorzubereiten, zusammen mit einer Schatzsuche im Haus. Ich sparte jeden Cent, um mir das Parfüm zu kaufen, das sie mochte. Und fuhr sogar allein in die Stadt, um es zu kaufen. Es war beängstigend, aber ich habe das alles für sie getan. Ich glaubte, wenn ich diesen Muttertag besonders gestalten würde, würden wir zu einer Art Normalität zurückkehren. Der Muttertag kam und meine Mutter war früher aus dem Haus, bevor ich wach war. Sie kam um 22 Uhr nach Hause. Ich wartete auf sie. Alles Gute zum Muttertag, Mama, sagte ich und gab ihr das Geschenk. Sie schenkte mir ein kleines Lächeln und sagte, danke. Ich hatte einen langen Tag, Kindchen. Ich werde jetzt schlafen gehen. Sie ließ mich dort stehen und ich fragte mich, was ich falsch gemacht hatte. Ich war tief verletzt. Von diesem Tag an änderten sich die Dinge zwischen uns. Ab und zu bekam ich eine Postkarte von meinem Vater aus Argentinien. Die Postkarten enthielten nichts Persönliches, nur berühmte Zitate. Dinge wie, beurteile jeden Tag nicht nach der Ernte, die du erntest, sondern nach den Samen, die du pflanzt. Als ich jung war, dachte ich, dies sind wunderbare Weisheiten, die mein Vater entdeckt hatte. Aber ich merkte bald, dass er sie bei einer schnellen Google-Suche gefunden hatte. An meinem 11. Geburtstag rief er mich an. Er hörte sich anders an, aber ich war aufgeregt mit ihm zu sprechen. Er wünschte mir einen schönen Geburtstag. Danke, Dad. Wie geht es dir? Wie läuft es mit der Arbeit in Argentinien? Ich vermisse dich so sehr. Wann kommst du nach Hause? Ich hatte so viele Fragen, aber mein Vater hatte nicht viele Antworten. Er stotterte ein paar Antworten heraus und sagte dann, er müsste gehen. Ich schlägte den Hörer auf und ärgerte mich über mich selbst. Alle meine Fragen hatten ihn verjagt. Als ich 12 war, hörten die Postkarten auf. Sie wurden durch E-Mails ersetzt. Mein Vater schrieb einmal im Monat immer das Gleiche. Hey, wie geht es dir? Wie läuft es in der Schule? Hier ist alles in Ordnung. Die Regierung lässt mich nicht sagen, was wir machen. Aber es geht mir gut. Er endete mit einem berühmten Zitat und ich wartete einen Monat, bevor ich eine weitere E-Mail bekam. Ich wurde mit jedem Mal unaufgeregt, als ich diese E-Mails las. Schließlich fasste ich den Mut, mit meiner Mutter darüber zu sprechen, wie ich mich fühlte. Aber in dem Moment, in dem ich meine Gefühle ansprach, wechselte sie das Thema und fand etwas, womit sie sich beschäftigen konnte. Es war klar, dass meine Mutter zu beschäftigt war, um mir zuzuhören. Wieder fragte ich mich, wie ich so dumm sein konnte, zu glauben, dass meine Mutter und mein Vater sich tatsächlich um mich sorgten. Ich war ungefähr 13, als ich aufhörte, nach seinen E-Mails zu suchen. Ich hörte auf, sie zu lesen. Es spielte keine Rolle mehr. In meinem Kopf waren sie jetzt Spam. Meine Mutter war jetzt viel beschäftigter. Sie hatte einen anderen Job angenommen und war kaum noch zu Hause. Sie stellte einen Babysitter ein, der abends auf mich aufpasste. Die Babysitterin und ich wurden gute Freunde, aber ich wuchs bald aus ihrer Obhut heraus. Ich konnte jetzt selbst auf mich aufpassen und ich wurde schnell erwachsen. Als ich älter wurde, wurde alles noch schlimmer. Ich wurde mehr und mehr unsichtbar für meine Mutter. Sie nahm mich nur noch wahr und sprach mit mir, wenn es unbedingt nötig war. Das machte mich wütend, also zwang ich sie quasi dazu, dass sie mit mir sprechen musste. Ich fing an, mich in der Schule zu prügeln. Die Lehrer riefen sie herbei und suspendierten mich. Auf der Heimfahrt schrie mich meine Mutter an und ich gab ihr die Schuld für alles. Die Hitze dieser Auseinandersetzungen waren genau das, wonach ich gesucht habe. Es zeigte mir, dass sie sich um mich sorgte. Es war erstaunlich, aber es hielt nicht lange an. Nach einer Weile hörte sie auf, zur Schule zu kommen, wenn ich mich prügelte. Ich bin zu beschäftigt, sagte sie immer. Als ich 14 wurde, beschloss ich mich gegen alles zu stellen, was sie sagte. Was auch immer sie wollte oder sagte, ich würde das Gegenteil tun. Da fing ich an, mit den bösen Jungs aus der Nachbarschaft rumzuhängen. Sie hatte mich gewarnt, mich von ihnen fernzuhalten und es hat mich direkt zu ihnen hingezogen. Es hat Spaß gemacht, mit ihnen abzuhängen. Sie hatten diese Art von sorglosem Leben. Sie taten, wozu sie Lust hatten. Wir verbrachten unsere Nachmittage damit, den alten Damen in der Nachbarschaft Streiche zu spielen und lachten, als sie uns mit Besen aus ihren Häusern verjagten. Diese Jungs waren mir in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Ihre Eltern hatten keine Zeit für sie. Das brachte uns näher zusammen. Bald waren wir unsere eigene Familie. Wir passten gegenseitig auf uns auf. Es war toll, wieder Menschen zu haben, die sich um mich kümmern. Ein Jahr später waren meine Freunde und ich von den Streichen gelangweilt. Wir brauchten etwas Aufregenderes. Wir fingen an, uns in die Häuser der Leute zu schleichen und ihre Sachen zu durchsuchen. Es war aufregend zu wissen, dass wir immer nur Sekunden davon entfernt waren, erwischt zu werden. Aber selbst wenn wir erwischt wurden, war es okay. Wir hatten einen Schweigekodex. Wir waren Brüder und wir würden immer auf den anderen aufpassen. Bald wurde daraus ein Einbrechen in Häuser. Wir gingen immer weiter an die Grenzen, suchten nach mehr Möglichkeiten, den größten Nervenkitzel zu bekommen. Bis zu diesem Zeitpunkt war es ein Spiel, das ich gerne spielte. Als ich einer meiner Brüder in ein Mädchen verliebte, wurden die Dinge aber hässlich. So sehr er dieses Mädchen auch anbetete, sie wollte nichts mit ihm zu tun haben. Wir lachten darüber. Weiter geht's, es gibt genug Fische im Meer, sagten wir ihm. Aber er wollte nicht. Sie hat mich nicht respektiert, sagte er. Und ich werde ihr eine Lektion erteilen. In diese Worte sagen zu hören, machte mir Angst. In Zorn in seinen Augen zu sehen, sagte mir, dass es diesmal anders war. Das war kein Spiel. Wir versuchten ihn zu beruhigen, aber er wollte nicht zuhören. Das Schlimmste war, dass er wollte, dass wir ihm helfen, ihr eine Lektion zu erteilen. Nachdem er uns an unseren brüderlichen Kodex erinnert hatte, stimmten wir zu. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen, mein Magen war wie verknotet. Ich wollte den Plan nicht durchziehen, aber ich wollte meine Brüder nicht verärgern. Mehr denn je wünschte ich mir, ich könnte mit meiner Mutter oder meinem Vater reden. Aber ich war allein. Was war aus meinem Leben geworden? Ich schaffte es kaum durch den Schultag. Ich war so abgelenkt von dem Plan meiner Brüder. Wir warteten auf sie in einer Gasse in der Nähe der Schule. Das Mädchen kam auf ihrem Heimweg hier vorbei. Meine Aufgabe war es, sie in die Gasse zu locken. Ich sah sie vorbeigehen und rief sie. Sie sah mich und lächelte. Als sie anfing auf mich zuzugehen, verlor ich die Nerven. Ich konnte das nicht tun. Lauf, verschwinde von hier, schrie ich. Ich war erleichtert, als sie weglief, aber meine Brüder waren nicht glücklich. Sie ließen mich dafür bezahlen. Sie schlugen mich zusammen und sagten mir, dass ich für sie tot sei. Ich war nicht länger einer ihrer Brüder. Bekriegen sie auch ohne dich, sagten sie zu mir, als sie mich in der Gasse liegen ließen, blutend und mit blauen Flecken. Ich schlief in dieser Nacht nicht gut und schwänzte am nächsten Tag die Schule. Meine Mutter wusste es nicht und es war ihr auch egal. Ich hörte ständig die Worte meiner Brüder in meinem Kopf. Wir kriegen sie auch ohne dich. Ich wusste, dass sie es ernst meinten und ich wusste, dass sie wütend genug waren, um sie ernsthaft zu verletzen. Ich musste etwas dagegen tun. Ich ging zur Polizeiwache und erzählte ihnen von dem Plan meiner Freunde. Sie schickte mich zu einem Kriminalbeamten. Er nahm meine Aussage auf und stellte mir viele Fragen über die Namen meiner Freunde und des Mädchens, wo wir zur Schule gingen und so weiter. Dann bat er mich, ihm eine Minute zu geben. Ich brauche eine Tasse Kaffee. Der Schreibtisch des Beamten war ein einziges Chaos von Akten. Ich beschloss ihm zu helfen. Während ich sie ordnete, erregte einer der Akten meine Aufmerksamkeit. Ich erkannte den Namen. Es war mein Vater. Ich schlug sie auf und da war er. Es stellte sich heraus, dass er nicht in Argentinien war. Er war hier. Ich machte ein Foto von seiner Adresse und beendete mein Gespräch mit dem Beamten. Er sagte mir, dass er meine Brüder anrufen und ihnen einen gehörigen Schrecken einjagen würde. Ich ging zum Haus meines Vaters. In meinem Kopf rasten so viele Gedanken. Warum hatte meine Mutter mir nicht gesagt, dass er hier war? Ich klopfte an die Tür. Es dauerte eine Minute, bis er aufmachte, aber er tat es. Er war überrascht, mich zu sehen. Sohn? sagte er. Er war ein bisschen durcheinander. Es sah aus, als wäre er gerade aufgewacht. Er war unrasiert und seine Kleidung war fleckig. Ich bin's, Papa. Was machst du hier? Haben sie dich aus Argentinien zurückgeschickt? Er war verwirrt. Argentinien? Du arbeitest für die argentinische Regierung, sagte ich. Die Arbeit, die du machst, beschützt die Menschen. Mein Vater sagte, ich solle still sein. Er zog mich in sein Haus. Es war ein großes Chaos. Du hast recht, Sohn. Ich bin geflohen und sie sind hinter mir her. Deshalb verstecke ich mich in dieser Bruchbude. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ist deine Mutter noch da? Ich nickte. Ich brauche 10.000 Dollar. Ruf deine Mutter an und bitte sie, mir das Geld zu schicken. Je mehr er sprach, desto mehr merkte ich, dass er mich anlog. Ich hörte eine Weile zu und sagte ihm, dass ich wiederkommen würde. Ich ging zurück zu dem Polizisten und fragte ihn nach meinem Vater. Es tut mir leid zu hören, dass er dein Vater ist. Er ist ein Betrüger. Er zieht jetzt seit 15 Jahren Betrügereien ab. In den letzten 7 Jahren war er immer wieder im Gefängnis. Ich konnte es nicht fassen. Mein Kopf war so durcheinander. Gefüllt mit all den Lügen, mit denen ich gefüttert worden war. Von meiner Mutter und jetzt von meinem Vater. Ich schämte mich. Ich war wütend und verwirrt. Ich wartete auf meine Mutter, als ich nach Hause kam. Es war nach 22 Uhr und sie war erschöpft. Sie wollte nicht reden, aber ich ließ ihr keine Wahl. Ich hatte ihr gesagt, ich hätte meinen Vater gefunden. Das war jemand, der dich ausnutzen wollte, sagte sie. Aber ich konnte ihr ansehen, dass sie das nicht erwartet hatte. Ich hatte sie unvorbereitet erwischt. Ich drängte sie weiter zu antworten. Alles, was du mir erzählt hast, war eine Lüge. Sie versuchte vom Thema abzulenken. So wie sie es immer getan hatte. Als sie von mir wegging, sagte ich die eine Sache, die all die Jahre in meinem Herzen gewesen war. Die eine Sache, die ich nicht laut ausgesprochen hatte, weil ich mich zu sehr schämte, sie zuzugeben. Was habe ich dir getan, dass du mich nicht mehr liebst? Da blieb sie stehen und drehte sich um. Dann begann sie zu weinen. Die Tränen liefen ihr über das Gesicht. Zum ersten Mal seit Jahren sah sie mich an. Sah mich wirklich an. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich habe versucht, dich zu retten, sagte sie. Vor wem, fragte ich. Vor mir. Sie sagte in den Gang und schüttelte den Kopf. Ich war ein Frack. Das ist der Grund, warum dein Vater uns erlassen hat. Er sagte mir, ich sei zu anspruchsvoll, zu anhänglich. Ich stellte zu viele Fragen darüber, wo er war und was er tat. Er sagte mir, dass ein befreundeter Arzt mich als verrückt diagnostiziert hätte. Wenn ich mich weiterhin so verhalten würde, würde ich dich an das Jugendamt verlieren. Irgendwann ging er dann. Er sagte mir, ich sei der Grund, dass du ohne Vater aufwachsen würdest. Und wenn ich wüsste, was gut für mich ist, würde ich dich in Ruhe lassen, bevor ich dich auch noch wegjage. Aber es war noch nicht alles. Bevor er ging, gab er mir einen Brief, den ich dir geben sollte. Ich erinnere mich an den Brief, sagte ich. Aber du weißt nicht, dass das, was ich dir vorgelesen habe, eine Lüge war. Ich habe ihr nicht geglaubt. Ich glaubte nicht an alledem. Ich bat sie es mir zu zeigen. Widerstreben tat sie es. In dem Brief stand, Sohn, ich muss gehen. Dad. Ich las ihn immer wieder und jetzt fing ich an zu weinen. Das war alles, was er zu sagen hatte. Meine Mutter nickte. Ich konnte nicht zulassen, dass er dir das Herz so bricht. Also habe ich mir eine Geschichte ausgedacht. Ich habe den Postkarten geschickt und dann E-Mails. Ich habe sogar jemanden, mit dem ich zusammenarbeite, dafür bezahlt, dich anzurufen und vorzugeben, dein Vater zu sein. Meine Mutter erklärte, dass der wahre Grund, warum mein Vater gegangen war, der war, dass seine Opfer ihn eingeholt hatten. Mehr als 20 Leute tauchten vor dem Haus auf und verlangten das Geld, das er von ihnen erschwindelt hatte. Ich nahm einen zweiten Job an, um es diesen Leuten zurückzuzahlen. Bis zum nächsten Monat hätte ich jeden Cent zurückbezahlt, den er gestohlen hat. Wir waren beide lange Zeit still. Es war eine gute Stille. Es fühlte sich warm und ehrlich an. Warum hast du mir das nicht gesagt? Fragte ich schließlich. Sein Vater war sehr überzeugend. Er ließ mich glauben, dass ich eine schlechte Mutter sei. Dass meine Fürsorge eigentlich Besessenheit sei und dass ich dich mit meiner Liebe verjagen würde. Jahrelang habe ich mir selbst die Schuld gegeben. Es war sicherer, dir eine Geschichte zu erzählen. Und es war sicherer, dich weit weg von mir zu halten. Ich schaute sie an. Die Frau, die ich aus Gründen, die ich nicht verstehen konnte, zu hassen gelernt hatte. Jetzt, wo sie sich nicht mehr wehrte, sah ich die Frau, die ich geliebt hatte. Die Frau, die mich geliebt hatte. All die Jahre, in denen ich sie gehasst hatte, wurden in diesem Moment weggespült. Ich ging zu ihr hin und umarmte sie. Diese Umarmung war wie eine Brücke, die mich mit dieser 10-jährigen Version von mir verbannt. Wir saßen eine lange Zeit so da. Ich umarmte sie, während sie weinte. Und sie umarmte mich zurück. Am nächsten Tag gingen wir auf die Polizeiwache und sprachen mit den Polizisten. Meine Mutter hatte genug Beweise für die Bedrügereien meines Vaters, um ihn endgültig verhaften zu lassen. Er hatte jeden Cent des Geldes, das er gestohlen hatte, ausgegeben. Aber das spielte keine Rolle. Meine Mutter hörte auf, ihren zweiten Job zu machen, nachdem sie die letzten Schulden meines Vaters abgezahlt hatte. Wir nutzten die freie Zeit, die sie nun hatte, um wieder mehr Zeit zu verbringen. Der Polizist stand zu seinem Wort. Er machte meinen Brüdern so viel Angst, dass sie aufhörten mit der Sache. Sie hörten sogar auf, miteinander zu reden. Sie haben nie wieder mit mir gesprochen. Aber das ist mir egal. Schweigen kann schöne Dinge zerstören. Die Wahrheit ist so viel besser. Ende. Das ist mir egal. Im commandments hat sichoo commercial, ne? Ich bin facile. Ich bin bei der Schlaubsunter всего fünf Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020